Ah, meckige Brügel. Müssen wir gar nicht. Zeig dich, du Spanns. Zeig. Mal schnell nachladen. Zeig dich, du Spacken. Zeig dich. Zeig dich. Zack. Zack. Kein Problem jetzt. Wie die aufgescheuchten Hühner. Was ist denn jetzt los? Schick dir. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Direkter Kopfschuss bringt auch nicht viel. Weil die halt jetzt Helme haben. Das ist also auch. Also man darf nicht Directly auf den Helm ziehen. Das ist nicht mehr so praktisch. Das ist das. Das ist der Weg da. Ach, es ist nicht mehr. Vielleicht ist das ein Weg da. Weil das das ist. Das ist die Idee. LOL Tief Scharf Sieht gut aus, los Ich sehe gut aus Wohin? Ich haut den erst mal in die Fresse Welchen Scharfschützen hab ich doch geohnt Hab ich das jetzt überhaupt richtig gemacht? Er hat ja gerade gemeckert Bis sie entdeckt wurde Habe ich ihn jetzt retten müssen oder nicht? Habe ich zu früh gerettet oder Keine Ahnung Dosta Bestanden? Dosta Dosta Scheiße, kaum Platz und es wimmelt nur so fein Ja, ich merke Dieser Platz ist immer leer Keine Ahnung, warum die hier sind Nein, nein, ich weiß du wirklich nicht viel Da ist der Sicherungskasten Kannst du unauffällig vor euch und die Lust ausschalten? Wieso machst du das nicht, Arschloch? Nein, wir brauchen ihn noch Okay, gib mir Deckung Bereit machen, wenn ich die Lichter treffe Was immer ihr tut, habt eure Waffen bereit Wir müssen im Schatten bleiben Zum einen Hat der Affe Keine Waffe Was soll das denn? Das muss mich echt da durchschleichen Leckt mich am Sack Okay, das bringt nichts Okay, das bringt nichts Bin hier 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 Okay Gut, ich dachte, ich müsste irgendwie die Lichter ausballern Oder wenigstens den Sicherungskasten zerstören Aber nichts von beiden hat irgendwie geklappet Ist natürlich scheißen dumm, scheißen schlecht Scheiße, Taumplatz und es wimmelt nur so von Feinden Dieser Platz ist immer leer Keine Ahnung, warum die hier sind Für einen Einheimischen weißt du wirklich nicht viel Da ist der Sicherungskasten Kannst du unauffällig vorbei und die Lichter ausschalten? Wieso machst du das nicht, Arschloch? Nein, wir brauchen ihn noch Okay, gib mir Deckung Bereit machen, wenn ich die Lichter treffe Wenn ich die Lichter treffe Wir müssen im Schatten bleiben Müssen ich vielleicht zuerst die hier abmachen? Nee Bringt mir auch nichts Hat mir doch jeder sofort den Visier Der da hinter mir müsste mich jetzt im Visier haben Ich hab ne Idee Hier hinten ist nur ein einziger Wenn ich den in Ruhe ausschalte Müsste ich vernünftig dran vorbeischleichen können Das steht nämlich ziemlich abseits Das heißt entweder muss ich ihn jetzt messern Oder ich muss ihn jetzt abballern Aber so wie es aussieht Muss ich ihn messern Alter, mich hat doch jeder im Visier So, wir werden uns weiter geduckt Da hinschleichen Bisschen merken, dass uns einer beobachtet Boah, das ist ziemlich sinnlos Wenn uns jemand beobachtet und nicht ballert Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon So, jetzt können wir ruhig Ein bisschen schneller mal gehen Ich bin gleich da Ich bin gleich da Zack Erledigt Carl, zum Ausgang Gute Arbeit Wir sind unterwegs Die kommen auf dich zu Ab unter den Wagen Keine Ahnung, das gefällt mir nicht Lass uns nachschauen Aber bewegt euch vorsichtig Wo ist der Lichtschalter? Ich kann meine eigene Hand nicht vor Augen sehen Verpiss dich also Mach es doch selbst Enderstand, Feinde haben Lunter gerochen Und kommen in deine Richtung Benutze dein 80 Gerät, um ihn auszuweichen Kannst du das reparieren? Ich kann meine Hand nach in die Naht Einen Moment Schicker Maul Die Kabel sind durchgeschnitten Verdammt Hier ist jemand Nicht schreien Ich versuche Warte, ich kann nichts lesen Sorry, Leute Du ballerst nur deinen Kopf weg Blöd, Mann Mach ich Dafür Dass der Strom weg ist Ist es noch verdammt hell Ist das Kollege? Sie haben uns bemerkt Jetzt wird's laut Fickt euch Bin schon längst durch Moment Nur noch durch diesen Park Okay Die ist nicht um Wie erwartet Scharfschütze An diesem verfallenen Gebäude Am Ende Das ist eine Sache Auf große Entfernung Ei, 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 ei So Ich würde sagen Ungefähr Dieser Platz ist fast leer Gefegt Das gefällt mir nicht Folge meiner Führung Aber halte dich bereit Schlecht, Alter Das ist unglaublich Diese Amis können ja überhaupt nichts Das ist mal ernsthaft Der Was soll das denn jetzt? Bougie Kontakt Scharfschütze Weg damit Er war nicht allein Wir bewegen uns schnell Von Deckung zu Deckung Kopf und Wie soll ich mich dann schnell Von Deckung zu Deckung bewegen Wenn ich den Kopf Unten halten soll Auf den Boden Jetzt Diese niedrigen Mauern Müssten uns Deckung geben Cool bleiben Fällt mir schwer Wenn ich auf deinen Knackigen Hintern gucke Scheiße Oben vor unserer Position Mach ihn fertig Wir sind zu exponiert Gibt da eigentlich schon Der erste Schuss Auf der anderen Seite des Platzes Feuer Geht mit in seine Position Nicht pushen die Da Brocu Ich habe ihn erwischt